Rares Moderator Horst Lichter und seine Frau zusammen. Bei Bares für Rares ist Horst Lichter stets mit vollen Emotionen dabei. Was im Privatleben des TV-Kochs vor sich geht, wissen hingegen die wenigsten. Im Gespräch mit Das Neue erzählte er jedoch vor einigen Jahren von dem tragischen Beginn seiner Beziehung mit Nada. Denn sie war eigentlich die Frau seines besten Freundes. Er habe sie sogar miteinander verkuppelt. Das war eine ganz große Liebe zwischen den beiden, erzählte der 62-Jährige. Nada habe damals in seinem Restaurant gearbeitet und er habe nichts für sie empfunden. Doch dann starb Horst Lichter's bester Freund an Krebs. Durch diesen Schicksalsschlag haben er und Nada zusammengefunden. Wir hatten einen Blick für das Leid des anderen, erklärt er. Der Weg zum gemeinsamen Glück sei jedoch auch dann hart gewesen, anfangs war kein Gedanke daran, dass wir uns verlieben könnten. Ich musste lange kämpfen, bis wir uns offen dazu bekennen durften, dass wir zueinander gehören. Punkt Schlaganfälle und Kindstod Horst Lichter musste schon einige Tragödien erleben. Im Laufe seines Lebens hat Horst Lichter schon jede Menge Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Im Alter von 26 erlitt er seinen ersten Schlaganfall, mit 28 Jahren dann den zweiten, zusammen mit einem Herzinfarkt. Zudem starb eines seiner drei Kinder mit nur sechs Monaten am plötzlichen Kindstod. Von all den Rückschlägen will sich Horst Lichter aber nicht unterkriegen lassen. Ich glaube nicht, dass ich mental stärker bin, aber ich habe dieses Bedürfnis, gut zu leben. Ich mag es zu lachen. Ich mag es auch zu weinen. Ich mag es zu leben. Dahin wollte ich mich wieder zurückkämpfen, erklärte er 2013 im Interview mit Kurier. Am 28. Am 20. August feierte Horst Lichter den 15. Hochzeitstag mit seiner Nader. Damals staunte das Brautpaar nicht schlecht. Horst Lichter bekam von TV-Kollege Johann Lafer eine Kuh geschenkt. Frau Nader ist nicht der größte Fehn des Schnauzers. So sehr die Berühmtheit seinen Bart liebt, so wenig begeistert ist seine Frau Nader. Zumindest was das Thema Bartpflege angeht. Denn die ist ziemlich aufwendig und verschmutzt das ganze Bart. Die Ehefrau des TV-Kochs ärgerte sich in der Vergangenheit darüber, dass der Spiegel und das Waschbecken immer wieder mit Hasprä verklebt waren. Ob sie sich ihren Mann lieber ganz ohne Bart wünscht? Das bleibt ihr Geheimnis, aber Nader hat ein Machtwort gesprochen. Ich habe erst noch versucht, mich zu wehren, es hatte aber keinen Sinn, verrät der 60-Jährige anschließend in der Sendung heute heute. Das Ergebnis, mittlerweile lässt er sich den Schnorres im Studio von Baris Ferraris frisieren. Horst, Lichte und Nader sind immer noch so happy. Ende August feiern der Kult-Moderator und Nader ein ganz besonderes Jubiläum, ihren 15. Hochzeitstag. Doch das Schönste kommt erst noch, denn Horst hat in seiner Show Baris Ferraris ein Geheimnis gelüftet. Er ist ein riesiger Elvis-Presley-Fan und plant eine Reise zum berühmten Graceland, dem legendären Anwesen des King in Amerika. Und das Beste? Auf Graceland werden auch Hochzeiten gefeiert. Die große Frage, die jetzt alle beschäftigt, werden sich Horst Lichte und seine Frau dort, inmitten des Glanzes und der Magie von Elvis' Haus, noch einmal das Ja-Wort geben? Romantisch wäre es allemal. Und was für ein emotionaler Höhepunkt ihre Liebe, die seit 15 Jahren alle Höhen und Tiefen überstanden hat. Man kann sich förmlich vorstellen, wie die beiden in einem schicken Cabriolet durch die sonnigen Straßen von Memphis fahren, das Herz voller Vorfreude. Und Elvis singt aus dem Autoradio Love Me Tender. Horst Lichte, den Millionen von TV-Fans wegen seiner herzerwärmenden Art lieben, scheint mit der Reise nach Graceland ein ganz besonderes Kapitel in seiner Beziehung aufschlagen zu wollen. Das erneute Ja-Wort wäre nicht nur ein Liebesbeweis, sondern auch eine Hommage an ihre gemeinsame Geschichte. Auf der einen Seite ist Nada der Wind in meinen Segeln, der mich vorantreibt, und auf der anderen Seite ist sie der Anker, der mich am Boden hält, schwärmte der TV-Hausend-Sasser über seine Frau. Was gibt es Schöneres, als diese große Liebe in Graceland zu erneuern?